moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf der nf marsch vierfach ja wie ihr seht ich beginne hier gerade auf feld vier mit der quatsch feld vier ich schon feld 60 mit der zuckerrüben ernte den roder werde ich selber fahren und abfahren werde ich mit zwei lkw gespannen über autodrive direkt in die zuckerfabrik da gehen wir die zuckerrüben glaube ich bald aus und selbst wenn es nicht der fall ist kann da gerne mal wieder vollgefahren werden damit die langfristig gesehen erst mal genug hat das erste mal rum hier bei den zuckerrüben fahr ich gegen den uhrzeigersinn aus dem grund weil das dann mit dem abbunkern bei den lkw besser hinhaut sonst fahren die womöglich in graben dem gehe ich hiermit aus dem weg des weiteren habe ich dann noch cosplay damit beschäftigt auf der 66 zwiebeln anzusehen auf der 65 wird noch das vermehrungsgras eingesammelt das lasse ich mit autodrive und cosplay machen ja und hier werde ich mir jetzt erst mal zwei lkws organisieren einer steht hier feld 60 nicht ins hofsilo sondern produktionszucker entladen so der fährt schon mal los dahinter steht schon gleich jetzt bei der lkw mit den feld 60 ebenfalls zuckerfabrik so dann schauen wir mal dann warten wir jetzt mal auf meine abfahrer kommt oder aber nicht kommt am feld ist er gleich zumindest schon mal angekommen so dann Vielen Dank. Wo ist er denn jetzt? Ah, da kommt er ja schon. Vielen Dank. Wieso ist er jetzt eigentlich weitergefahren? Hallo? Irgendwie will er mich älgern. Der will nicht so ganz. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich die Fruchtumfahrung bei dem LKW eingestellt habe. Mal sehen, was der hier dann jetzt macht. Na, jetzt kommt natürlich der... Jetzt begegnet sie sich natürlich. Das ist natürlich nicht so gut. Nimm ich den erstmal raus. Schick den nochmal auf die Reise. Aber der hat mich auch wieder nicht leer gemacht. Dann mache ich das mit dem jetzt eben selber. Aber wie gesagt, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich die Fruchtumfahrung bei den LKWs aktiviert habe. So, dann drehe ich den jetzt noch einmal um. So, dann... So, dann... Ich denke mal, dass wir den Abfahrern wird nachher bei der zweiten Runde, wenn ich nachher wieder andersrum fahre. Denke ich mal, wird es besser klappen. So, dann... 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 ja das soll es dann für heute aber auch schon wieder gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde mich freuen wenn ihr auch beim nächsten mal wieder rein schaltet bis dahin macht es gut